Musik Herzlich willkommen beim täglichen Videostrategie-Ticker des Frankfurter Börsenbriefs. Heute am Mittwoch, den 20. Juli um 11 Uhr. So schlecht die Banken in der aktuellen amerikanischen Berichtssaison abschneiden, so positiv stellen sich derzeit die IT-Unternehmen dar und vor allem hier die großen Elefanten, die großen Giganten der Szene. Ich hatte gestern von den sehr guten Zahlen von IBM berichtet. Gestern stellte Apple das nochmal in den Schatten, indem sie die Schätzungen der Analysten pulverisierten. Man hat mit 7,79 Dollar je Aktie deutlich mehr verdient, als die Analysten im Vorfeld geschätzt hatten. Die waren nur auf 5,50 Dollar gekommen. Vor allem natürlich die Verkäufe von iPhone und iPad trugen zu dieser sehr erfreulichen Entwicklung bei. Der Gewinn von 3,25 auf 7,31 Milliarden, also man muss sagen ganz sensationell. 20 Millionen iPhones wurden verkauft, auch in China, sammeln ein Umsatzwachstum von 82%. Ganz ausgezeichnete Zahlen. Apple verfügt nun in der Kasse um 76 Milliarden Dollar Cash. Eine wahnsinnige Zahl, die natürlich noch einige Fantasie einläutet. Nichtsdestoweniger Apple für uns. Nach wie vor wegen dieser Problematik in Asien erstmal kein Thema. Morgen bzw. heute Abend kommen schon die Zahlen von Intel. Hier erwarten wir eine ähnlich erfreuliche Entwicklung. Wenn wir mal die Statements der Industrie in den letzten drei, vier Wochen zusammenstellen und summieren, so stellt sich das Bild klar darauf ein, dass die PC-Verkäufe in den letzten Wochen wieder zugenommen haben und auch der Ausblick für das zweite Halbjahr entsprechend positiv ist. Davon wird auch Intel profitieren. Deswegen rechnen wir bei Intel heute auch mit einem sehr positiven Ergebnis. Yahoo hingegen ist nach wie vor auf dem eher absteigenden Ast. Hier gehen wir nach wie vor nicht von einer Erholung aus. Schauen wir heute auch kurz nach. Deutschland, Drägerwerk hat seine Margenprognose angehoben. Bisher war man von 7,5 bis 8,5 Prozent Umsatzrendite ausgegangen. Nun sollen es 8 bis 9,5 Prozent sein. Drägerwerk da mit Aktie des Tages für meine Begriffe stellt sich sehr gut dar. Und wir hören, dass sich hier neue Engagements andeuten von institutioneller Seite. Das heißt, hier kann man durchaus noch aufspringen. Der Goldpreis ist in den letzten Tagen wieder ein gutes Stück zurückgekommen. Unter die Marke von 1.600 Dollar gefallen. Wir sind ja beim Gold engagiert, allerdings nicht mit gehebelten Produkten, sondern mit zwei ungehebelten Zertifikaten. Sonst hätte es hier auch sicherlich reingeregnet bei einem Kursrutsch um 20 Dollar. Aber wir sehen das nur als kurzfristiges Moment und rechnen damit, dass in den nächsten Wochen wieder neue All-Time-Highs erreicht werden. Das muss nicht unbedingt in dieser Woche sein, nicht unbedingt in der nächsten Woche, aber darüber hinaus spätestens im August auf jeden Fall. Gucken wir auch noch kurz auf den Euro. Hier sind wir ja sehr massiv engagiert auf der Short-Seite. Morgen wird das nächste Treffen der Finanzminister stattfinden. Da rechnen wir mit keiner besonderen Entwicklung. Das heißt, man wird sich wieder endlos verhandeln, man wird endlos tagen. Und für den Euro und für die Rettung der Peripherie-Staaten wird am Ende nichts Signifikantes bei herumkommen. Deswegen bleiben Sie bitte dabei. Beim Euro-Franken ergibt sich demnächst wieder eine neue Chance. Es deutet sich an, dass hier Interventionen stattgefunden haben und vielleicht auch noch die nächsten Wochen stattfinden. Aber auf die Dauer wird der Schweizer Franken zum Euro und zum US-Dollar auch weiter aufwerten. Das heißt, im Währungsraum sehen wir nach wie vor das beste Chance-Risiko-Verhältnis derzeit in diesen Sommermonaten. Das waren die Hinweise für heute. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Börsentag. Machen Sie es gut. Bis morgen. Ihr Bernhard Glinzink Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017